Was findest du hier, Mensch? Wer ist mit ihm zu sprechen? Vivaldi. Aber ich wüsste, dass er mit dir spricht. Warum? Vivaldi detestet Menschen und diese Stadt. Glaub mir, er hat Grund. Ja, toll. Ähm, ich will aber trotzdem mit ihm reden. Golan Vivaldi? Golan Vivaldi? Ist das der Sohn von Vimmel-Vivaldi? Ich hab keine Ahnung. So, was haben wir denn da? Schild. Kalkstein. Schön. Guten Tag. Herzlichen, guten, wunderschönen Tag. Hallo, Kalkstein. Ähm, ihr hattet eine Aufgabe. Du hast ein Job. Help me fulfill my life's work. A tower stands in the forest swamp near Old Vizima. A princess up top, dragon below? Thanks, but I'll pass. Silence, please. Legend says a mage and alchemist built the tower. No princesses or dragons. So, what's my job? The mage died ages ago, and the tower was forgotten. The power within it attracted and deformed nearby creatures. In short, it breeds monsters. Precisely. I want to examine that source, witcher, and write a dissertation certain to immortalize my name. I'll have access to secrets that have been hidden away in that tower for years. Unfortunately, the tower is locked. I'll pay 1,000 orans to whoever helps me get inside. Okay. I'll see what I can do, though I'm sure this won't be easy. Were it easy, I'd not need you. Breaking into a powerful mage's lab is complicated. We must gather detailed information on the tower. Where do I find it? In the tales and legends recounted by elders and swamp folk. In old books, too, recorded wisdom is infinitely more reliable. Any specific titles in mind? Ran St. Alvaro's The Secret Gates and an alchemy treatise Ain Soph Auer. I know a certain dwarf had a copy of The Secret Gates. The second book, written by an anonymous gnome, was lost long ago and could be hard to find. While you search for these, you can test my newest invention. A crystal that links places of power and my workshop. It will allow you to teleport, disintegrating your being into billions of pieces that travel beyond the time-space curve. And then it'll reassemble my being in your lab? Sure about this? There is some chance of error, but it's minuscule. Ach, ich hasse Portale. So, ähm, okay. Naja dann, ähm, nach unten. Schauen wir erstmal in den Keller, ob der auch keine Leichen im Keller hat. Aha, nein, eine Holztruhe. Was ist in der Holztruhe drin? Grundlagen der Alchemie, habe ich bereits gelesen. Okay, dann, schüss. Was ist das denn, Folterkeller? Achso, nein, ein Alchemie-Tisch. Mhm. Er interessiert sich offenbar für riesige Fledermäuse und riesige, was ist das denn? Eine Wespe? Eine Motte? Eine riesige Motte. Okay. Der Typ hat Mothra in seinem Keller. Gelseschmalz. Interessant. Äh, brauche ich alles nicht, ehrlich gesagt. Ähm, da ist noch ein Kleiderschrank. Mal schauen, was da drin ist. Äh, nix. Gut, dann gehen wir wieder. Alles gesehen, alles kontrolliert. Der Typ ist sauber. Ja, so sauber, wie man sein kann. Wenn man so dreckig ist wie der. Ah, ist noch eine Holztruhe. Ich schaue, ich schaue nochmal. Okay, hier ist auch alles sauber. Da hat er nur Getränke drin. Da hat er Erdbeeren drin. Keine Ahnung, was der mit mir gerade spricht. Hallo. Du wirst hier den Kleiderschrank aufmachen. Da ist eh nix. Okay. Gut, der Typ ist sauber, dem helfe ich. Da ist auch noch ein Kleiderschrank. Egal. Äh, na gut. Da ist noch eine Elfin. Da ist auch noch eine Elfin. Schauen wir mal. Tür zu Vivaldis Haus. Schauen wir da auch mal rein. Golan Vivaldi. Hm. What do you want? Greetings, Dwarf. Racial segregation with the first words uttered. What do you want me to call you? Bah. You're like everyone else. Like the whole Accursed City. Vizima humans get everything. We get naught. I neither live in Vizima, nor am I human. What then? A witcher. A mutant. Well, in that case, sorry. I'm Golan Vivaldi. My cousin Vimy Vivaldi once met a witcher. A debt collector, apparently. I'm Geralt, and I'm no debt collector. What brings you here? Um, ja, genau. I'm looking for the leader of a certain organization. You suspect me, because I'm a dwarf. I have several suspects, not only dwarves. What do you want? I've got my eye on you. Come back when you stop talking crap. I want to discuss Salamandra. Why? The professor's bail money came from your bank. You offend me deeply with this slander. But? Generations of Vivaldi's built this bank, and you suggest our gold serves criminals? Out! Naja, nur weil das Gold über eure Bank läuft, heißt ja nicht, dass ihr was zu tun habt. Damit. Ich glaube euch. Ich glaube euch. Hat deine Resentation gegen Viziemanns dich zu einem Leben von Gräumen? Du schützt mich, witcher. Ich würde mich nicht. Ich würde nie zu einer Verletzung zurückkommen. Geh raus! Naja. Ich glaube euch. Naja. 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 300, jo. Danke. Danke. Schön. Ich sollte die sorgfältig lesen. Na gut, dann lesen wir die halt. Ähm, hier. Inventar. Ich bin deine Vergangenheit und du wirst fündig werden. Der, der deinen Pfad kennt, verfügt über Weisheit und ist gewillt, dich daran teilhaben zu lassen, so er denn darum gebeten wird. Dein Herz hingegen birgt keine Liebe, doch da ist jemand, der die Barmherzigkeit kennt, der fähig ist zu lieben. Du, der du blind warst, tauche ein in deinen Geist, deine Erinnerungen. Dunkel und gefährlich ist der Pfad, der von der Versklavung zum Königreich führt. Eine dreifaltige Göttin, Jungfrau, Mutter, altes Weib. Drei Gesichter, drei Gnadengaben, Verstehen, Macht und Ruhm. Um sie zu erlangen, sind Opfer und Gebete vonnöten. Das Fundament liegt in tiefster Tiefe. Lasse dich nicht von flackernden, unsteten Feuern in Versuchung führen. Bezwinge den Tod, und dir wird eine Belohnung widerfahren. Der Sieg wird nur dem gewährt, der den Wächter bekämpft. Jener, der den Weg durch labyrinthartige Mysterien weist, wird dir die Krone des Bewusstseins anbieten. Am Ende deiner Reise wirst du Erkenntnis erlangen. Du wirst alles begreifen. Was verschlossen ist, wird dir offen stehen. Die zehn Namen lauten Weisheit, Jokmah, Verstehen, Bena, Liebe, Kesat, Barmherzigkeit, Teperat, Macht, Gebrat, Sieg, Nezar, Ruhm, Ot. Fundament, Jezat, Königreich, Malkat, Krone, Ketar. Dieses Buch fügt dem Tagebuch einen Ortseintrag hinzu. Schön. Die geheimen Pforten. Wieder so ein Text. Interessant. Das waren aber teilweise so zusammenhangslose Sätze irgendwie in dem vorherigen Buch gerade. Egal. Alte Leute erzählen, dass für langer, langer Zeit ein Magier in den Sümpfen lebte. Tag und Nacht grübelte er über seinen Büchern und Pipetten. Es heißt, er suchte einen Stein, der Blei in Gold und Quellwasser in Schwarzgebrannten verwandeln kann. Mit anderen Worten, einen Stein, der alle Materie umwandelt. Die Götter reagierten erzürrend, denn in seinem Stolz überschritt er die Grenzen der Sterblichen. So brachte eines Nachts ein schrecklicher Sturm des Zauberersturm zum Einsturz. Doch er erbaute einen neuen und wirkte Zauber, den Sturm zu binden. Dieser Turm hielt, bis sich in einer Nacht die Erde selbst bewegte und den Turm des Zauberers umstürzte. Doch er erbaute wieder einen neuen und wirkte Zauber, die Erde selbst zu binden. So konnten weder Himmel noch Erde dem Magier etwas anhaben. Doch eines Tages verschwand er. Manche sagen, er nahm einen Lehrling, was zu seinem Untergang führte. Andere behaupten, eine Frau sei ihm zum Verhängnis geworden. Wieder andere, seine eigenen Geschöpfe, hätten sich gegen den Magier gewandt. Jedenfalls ist der Turm bis heute verschlossen und hütet seine Geheimnisse. Und niemand weiß, was in seinem Inneren lauert. Interessant. So, Golan. Ähm. Wie laufen die Geschäfte? Wie ist das Geschäft? Ich will nicht, es zu diskutieren. Deine Wahl. Ja, ich habe das noch. Ein glücklicher Dwarf. Was bringt dich hier? Ja, nix. Ich geh dann mal. Dieses Lachen, Alter. Der ist bestimmt schuldig. So. Dann schauen wir mal, was haben wir denn da Schönes. Aha, noch ein Zwerch. Interessant. Das hier ist offenbar so das Anderling-Viertel. Da ist ein Huhn. Da ist noch eine Elfin. Okay, machen wir. Da ist eine alte Frau. Was haben wir denn da Schönes? Wo sind wir denn hier? James! Ja, ich bin schon seltsam, ne? Apropos seltsam. Dr. Seltsam läuft der jetzt in den Kinos. Das ist ein Film, den will ich unbedingt sehen. Aber dafür müsste ich ins Kino gehen. Und ich, äh, naja. Will nicht. Warum läuft, warum laufen wir eigentlich dauernd diese, diese Waisenkinder nach? Ich hab kein Geld. Ich hab nur 600 Ohren. Die müssen reichen. So, wo bin ich jetzt wieder? Jetzt bin ich bestimmt wieder Haus des Detektivs. Jawohl. Ähm, ich müsste eigentlich zum Kalkstein, ne? Ähm, hallo? Jetzt Gerald. Hier, Kamera. Irgendwie. Ah, ah. Ah, ah, ah. So, wo muss ich ihn jetzt hin, sag mal? Ähm. Da hinten war das, ne? Babylachen. Ach, meine Nase juckt. So. Was haben wir denn da Schönes? Ähm. Moment. Screw them all. Jawohl, das machen wir so. Genau, das ist hier, ist der andere Buchhändler. Was ist das? Ähm, schauen wir mal. Sharnys Haus. Ich schau mal, ob Sharny schon zurück ist. Ich glaube aber nicht. Wahrscheinlich. Hallo. Ja, den Dialog hätten sie sich auch sparen können. So, schauen wir mal. Ist Sharny zu Hause? Jetzt vielleicht? Nö. Sharny ist immer noch nicht da. Gut, dann verschwinden wir wieder. So, auf Wiedersehen. Old Age ist, äh, ja. Old Age ist old, wahrscheinlich. Ähm. War der Typ da oben? Ich weiß es nicht mehr. Es ist so verwirrend hier. Nein, da war Golan Vivaldi. Schau mal auf die Map. Was haben wir denn da? Antiquar. Dorfhändler. Dorfhändler. Kräuterkundler. Schmied. Schmied. Vivaldi. Kalkstein. Natürlich. Ach, die wohnen, das sind Nachbarn. Natürlich. Hier, Kalkstein. Natürlich war das hier. So, Kalkstein, mein Freund. Ist das jetzt... Nein, das ist nicht die Hauptqu... Wo ist Kalk? Da hinten, der schläft. Natürlich, der liegt im Bett. Wir haben sie ja auch erst Mittag. Das macht nichts hier. Warte mal, stimmt. Stimmt, Berengar. Ich hörte, Witcher Berengar war für dich. Ich hoffe, dass du das nicht herausfinden würdest. Willst du erlaborieren? Ich habe ihn hattet, um die Schwamp-Tower zu unterscheiden. Ich wollte dich nicht schrauben, aber ich habe immer noch Designs auf dieser Struktur. Du hattet ihn und er disappeared. Hast du das so wunderschön? Das ist, weshalb ich will, dass du das Riedel lösen kannst. Vielleicht kannst du auch herausfinden, was Berengar befällt. Was denkst du, dass es passiert? Meine Begegnung für diese Wunschung haben von Berengar gespürt. Er hat dieses Buch mit mir gelegt. Du könntest es sinnvoll finden. Aha, jetzt kriegen wir ein Buch von ihm. Interessant. Was den Turm anbegriff. Reden wir über die Salamandra. Haben wir mit dem schon über die Salamandra geredet? Ich glaube nicht, ne? Let's talk about Salamandra. Hmm. I think you're in league with them. What? Me? Why? That's what I'd like to know. What is it you're after? Yeah. Yeah. Evidence indicates you're linked to the organization. It's suspicious that people you hire are chased by Salamandra. I don't know who pursued Berengar, but I had nothing to do with it. You didn't try trapping him to hand him to Azar Javid? If I worked for Salamandra, I would never let myself be linked to Berengar. You offend my intelligence. Go away. Okay, na gut, das klingt plausibel. I believe you. I don't know enough to decide. Let's drop the subject for now. Right. We can't waste time. When you find that criminal, I'll gladly help. But now back to work. Ja, ich würde trotzdem gerne weitersprechen mit dir. Hallo, Kalkstein. Ja, das ist mir egal. Wegen der Anzeige. Ich höre über die Notiz. Hast du Al Ghul Marrow für mich? Noch nicht. Not yet, but I'll get you some soon. Hurry, I need it for my solutions. Ja, und jetzt unterbricht er wieder das Gespräch. Ich hasse es. Hm. Sorry, I got lost in thought. Ja, das ist mir doch egal. Wie komme ich zum Sumpf? Stimmt. Wie komme ich zum Sumpf? Through the Western Gate is a dyke, leading to old Vizima. Ah, okay. What then? You'll find a ferry to take you to the swamp. The ferry goes both ways? Yes, there's a dock in the swamp near the Brickmaker's Hamlet. Thanks. Hm. Sorry, I got lost in thought. Okay, ähm, was den Turm anbetrifft. About the tower. Yes? I have new information on the tower. Tell me quickly. Before this tower, the mage erected two others, but both collapsed. This one served as his house and lab. I knew that. Anything more? The mage lived there until he disappeared, most likely dead. He constructed clay golems that served him, but hardly seemed a major achievement. That would agree with the legends of the century. There are ten cornerstones involving the elements and threads of fate from which all this was born. Sephirot! So the old scrolls are true! One book contained hints of the stone's whereabouts. We must find all ten Sephirot. I own one of them, Chokma, the Stone of Wisdom. I suppose I'm to find the others? Yes. Near the tower, you'll find a circle of stone obelisks. When you have all ten Sephirot, place them on the obelisks. Ah, so close. What a breakthrough. I'll abolish the theory of those stuffy professors in Oxenfort. What? I'll destroy them, smash them! Kalkstein, don't get worked up until I find the stones, which won't be easy. The information in these books is murky at best. Sorry, could you show me these books? I'll make notes for you. Here. There you are! Und einen haben wir schon. Also, wir nicht, aber Kalkstein hat schon einen. Weißt du, der Kalkstein hat schon einen Stein. Das finde ich toll. Ähm. Meine Frage ist jetzt. Tipps von Kalkstein. In seiner eckigen, schrägen Handschrift hat Kalkstein einige Notizen. Wie sehr bule. Vielen Dank.